herzlich willkommen zum komkom zur tollen fashion folge wir haben uns die schönsten kommentare rausgesucht die geilsten bewerteten die am hübschsten für uns anzusehendsten und werden damit jetzt mal loslegen wir wollen noch gar nicht zeit verschwenden deswegen fangen wir mit dem meist gelikedesten kommentar an der erneut von kairo kamel wieso erneut kairo kamel hatten das schon mal in einer anderen komkom folge aber mit dem bestbewertesten oder einfach so ich bin mir nicht mehr sicher ach der chris kairo kamel schreibt auf jeden fall jungs lasst euch nicht sagen komplimente und tür aufhalten und so geht immer ja das ist doch wunderbar dass du das bestätigst ich finde es cool und werde es weiterhin tun du bist schön danke ich mag dich allruhen 85 vor drei tagen sagt ich kann highways hosen leider nicht ausstehen problem daran es gibt keine anderen hosen mehr zu kaufen echt ist das so ja ich weiß nicht ich habe jetzt gehört es gibt auch diese mom jeans geheißen war ich glaube die heißen so also die die so diese quasi die die boyfriend jeans sind so die ganz breiten und so ja aber highways gibt es nur noch zu kaufen ich weiß nicht ob das heute noch so ist ich lasse ja immer einkaufen jetzt von meinen sklaven es gab eine zeit lang wenn du männer jeans kaufen wollte es gab es nur diese skinny fucking jeans wo ich mit meinem oberschenkel nie reingepasst habe so eng geschnittene hosen habe ich total mitgemacht den trend ja richtig wie eine leggings froschmann mache ich mit ja wir haben übrigens fällt mir jetzt in der nachbearbeitung von fashion was vergessen was unfassbar nicht gut bei mir ankommt accent farbe recht ich habe neulich in der bahne was ja weil du an essen denkst dabei ich mag gar keine sind aber aber ich finde die farbe nicht schlecht kommt kommt darauf an wie das kommt wirklich hundertprozentig wirklich magst du gar nicht eure chance hier drunter wirklich ich würde gerne eure meinung wissen sennfarbe funktioniert das ich hatte eine mit einem sennfarbigen trench coat mit sennfarbigen strümpfen also strumpfhose hast du gedacht da würdest du gerne mal deine würstchen reinstecken ich wollte sie auf mein würstchen legen der nächste kommentar kommt von gina lisa wild lisa schreibt alter wenn man sandalen trägt dann braucht man doch keine socken klärt mich da mal bitte auf würde euch das gefallen ja klärt sie doch mal auf habe ich noch nicht verstanden so flipflops mit socken sandalen mit socken finde ich schlimm ich es manchmal sogar schon grenzwertig wenn wenn man kurze hosen trägt und so diese socken so prägnant in den sneakers sieht so ich finde immer es gibt ja so das so ich weiß nicht also sandalen mit socken also findest du ich hatte früher eine mode sünde dann anscheinend deiner meinung nach ich habe als ich früher basketball gespielt habe so hohe socken angehabt das geil das geil hatte ich auch hatte ich auch hatte ich auch wirklich ja das ist das cool das schon wieder das schon wieder 70er jahre oldschool unsere liebe nade fanny schreibt highways jeans tragen auch ganz viele zu normalen shirts weil sie bauchfett ganz gut kaschieren ja ist doch großartig oder ja bestellen bestellen gibt's highways jeans für männer ich hoffe es highways jeans dicke männer ja kommen wir auch schon zum letzten kommentar und zwar von der lieben marieke öffinger sie schreibt hey und die evolutionssache mit den roten lippen kann ich mir schon vorstellen du hast eine evolutionsgeschichte erzählt ne ja wo ist wo kann man die finden die findet man überall das ist common sense würde ich sagen ich meine bei uns wo kann man über uns ach bei uns finden ja ich glaube die ist im eins von zwei video bei fashion fashion videos angucken also offensichtlich hast du wirklich menschen davon überzeugt dass es dass es stimmt bist du hundert prozent ist die hundertprozentig confirmed die geschichte oder hast du dir die über ausgedacht die ist hundertprozentig confirmed da kannst du mir vertrauen schwierig mit dem ja besten dank fürs zuschauen wenn euch das video gefallen hat dann hinterlasst uns doch einen daumen und abonniert unseren tollen wunderschönen kanal und wir sehen uns beim nächsten mal wieder und sagen tschüss und shine on